Ich habe versucht, so viele 30 cm Subs zu essen, wie ich groß bin. Also bei meiner Größe von 1,80, 6 ganze Subs. Um mir ein bisschen die Kalorien zu sparen, habe ich hier extra ohne Soße genommen, aber trotzdem Turkey Ham. Als Zeitlimit habe ich mir eine Stunde gesetzt und dann konnte es schon losgehen. Die ersten beiden Subs gingen nur runter wie Öl, aber dann merkte ich, dass es wirklich, wirklich schwer wird. Die Zeit hat auch gegen mich gespielt und ich musste mich richtig beeilen. Am Ende sind es dann leider nur 5,5 Subs geworden, weil ich einfach nicht mehr konnte. Was soll ich als nächstes versuchen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.